Liebes Team vom Kinderpalliativzentrum Datteln, ich möchte euch heute ganz herzlich zu eurem nun schon 10. Geburtstag gratulieren. Leider können wir es in diesem Jahr nicht gemeinsam gebühren, feiern, aber dennoch wünsche ich euch eine gute Zeit und alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich immer noch an eurer Seite sein zu können, jetzt als Netzwerkpartner vom Deutschen Kinderhospizverein aus. Vorher habe ich euch im SIS-Projekt unterstützt und durfte Teil des Teams sein und ich wünsche euch noch alles Liebe und Gute und bis bald, eure Nina Stahl.